beste digger ich schwöre es euch jungs und miedels der fruchtiger ist am stissel so und damit würde ich sagen jinder berg meine freunde was geht ab digger nein spaß heute zocken wir in abklatsch von mario super smash bros brawl und zweiter spiel brawlhalla jetzt arre hier guck mal ich drück ihm jetzt bombe das spiel wird gespielt wenn zu die abfahrt ok nie wieder cod wenn man auf shipment auf eine grau grindet die max level sein soll und danach wo also nie wieder das war so schlimm deswegen ein bisschen beruhigen ein bisschen brawlhalla spiel ne ich wollte mal waffe hier machen ja hier spärchen dinge oder was macht sie da also zaubert auf einmal gut ah wie geht mir Oh shit Jungs Fuck mir die ab man Get out of here man Ich zieh grad ordentlich von dem Ey Das wollte ich machen Ich bin der Oh mein Gott hab ich mich gerettet Oh mein Gott ich denke ganz ich bin die blaue Ziege Boom Die blaue dreht dich raus Pop Alter wir nehmen die grad so hoch Ich bin noch nicht einmal gestorben Nein Mit Ansage hat er mir gegeben Ich bin noch nicht einmal gestorben Die kam raus Puts Junge raus Ich hab gesagt raus Junge Raus Komm ich mit dem Spiel raus Oh hab ich ihn gefickt Juch Dein Arsch gehört mir Die haben wir richtig auseinander genommen Die wussten gar nicht was abgeht Digga Ich hab mit ihm Ich hab mit ihm dick pingpong gespielt am Ende Oh 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 Ich geb ihn an Abends jetzt Ich geb ihn ohne Wache Scheiß drauf Ich geb ihn direkt Wache digga Bam Boom Ich hab sein Leben genommen ne Waffe 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 Jo jetzt gehts wieder ab So gut mit den Scheißsperren ne Boom Get Adder hier Nein 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 Oh Shit Hat er uns einen Doppelpunch gegeben Aua Aua Was kamen wir Aua Raus Raus Hab ich ihn Oh Shit Das hat ihn so böse wie getan Meine Waffe Fast Deswegen ist er runtergefallen Fast Hast du gesehen Biss dich man Uuuuuh Guck ich geb ihm Bombe Iiii Hahahaha Digga das war die dickste Ansage Guck ich geb ihm Bombe Puuuuh Hahahaha Könntest du zwei Maps nebeneinander machen Er wird durch beide geflogen Hahahaha 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 Oh digga Das war die dickste Bombe des Grounds Hahahaha Der kassiert Machst du nicht Kassiert der Er pumst mich wirklich Ein no hand Der kein movement hat Der sich von Oh mein Gott Okay Oh mein Gott Das muss ein replay Bruder Wie ich den genommen hab gerade Oder das musst du Ja deswegen Ja Das musst du reinschneiden Ich schwöre So eine Zeitlupe Egal was Ich hab ihn anders genommen Ich hab ihn auch genommen Ja okay Digga Was mach ich mit dem Was mach ich mit dem Und ich hab ihn auch weg debe Oh my God So eine Zeitlupe Dä Val